Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Soling-Oligs auf der Höhe Meerschalt. Das Objekt wird über eine Etagen heizt und beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 27 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 590 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Bis zum nächsten Mal.